Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy 2, yeah! So, wir sind im letzten Part hier stehen geblieben, in Angst Amada, Bosa Juniors Angst Amada, oder wie das Ding da heißt. Da war ich ja echt zu dumm, den fucking letzten, also den zweiten Grünstern da zu sammeln. Ey, ich hab's so lange dafür gebraucht. Bin jetzt halt schon mal hierhin ge...jumped. Gesprungen, keine Ahnung. Hab bis hierhin gespielt, denn das habt ihr alles gesehen. Das ist eigentlich auch. Ey, ich hab mich so dumm angestellt. Ich weiß, wo war das am...Seiden Chef, oder? Oder am ersten? Oh, fuck am Seiten. Okay, 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 okay. Der Gunnar fällt schon wieder. Das war dumm. Ich hab jetzt natürlich nicht weitergespielt. Okay, was heißt natürlich noch mal, mach ich das immer. Aber am Ende des letzten Parts, da hatte ich so schlechte Laune. Toll, dass ich nicht mehr weiterspielen wollte. Hab hier über eine halbe Stunde da gezockt, an den Mist da verschwendet. Allein, glaub ich, an den letzten Grünstern, 15 Minuten oder so. Oder länger. Hab ihn da nicht bekommen, und das ist bitter gewesen. Deshalb rüß ich jetzt nicht mehr genau, auf welchem Schiff da war. Also auf dem zweiten, so. Äh, das war dumm. Ich war nah dran. Ich war echt nah dran. Da mach ich im letzten Moment ne Stampfattacke. Ich war so dumm. So dumm. Könnt ihr mir glauben, ey. Hallo? So. Den einen warten wir noch ab. Wir machen das jetzt hier ganz gechillt. Sonst verschwende ich noch mehr Zeit, wenn ich das zu schnell angehe. Ey, wie dumm ist das bitte? Wie soll ich da drauflaufen? Das geht gar nicht. Er fliegt einfach runter. Und das ist so dumm, dass ich die Scheißstelle hier dann immer und immer wieder machen muss. Kommst du da nicht direkt rüber? Achso, fuck, hä? Dumm. Nein, ich hab nicht mehr viel Leben. Ich dachte, ich hab Joschi eingesammelt. Scheiße, ich wollte jetzt hier rüber strampeln. Hab ich gar nicht gemacht. Ah, die euch ja angesammelt. Das mach ich jetzt wieder. So. Ich glaube, das... Warum hab ich das früher nie gemacht? Jetzt mal erst da hinzulaufen und die Blume da... Mann, 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 Mann. So, ey, das muss jetzt klappen. Ich hab nur noch fünf Leben. Weil ich immerhin schon mal verreckt bin. Als ich hier zur Pfanne gelaufen bin, offscreen. War auch wieder dumm. Ich weiß auch nicht, die Welt hier, oder die Galaxie, die gibt mir so auf den Sack gerade. Na ja. Ich hab keinen Bock, das hier mit Joschi zu machen. Willst du mich verarschen? Verpiss dich. So, ich bin jetzt genau gerade. Ungefähr. So, geht da mal weg da hinten. Wehe. Ey, das ist auch so dumm. Dass ich die Kamera nicht ändern kann. Oh, leck mir doch die Nüsse. Ey, das ist echt ein Kotzen. So, jetzt aber? Sorry, meine Stimme. Obwohl ich noch gar nicht geschrien habe. Ey, in letzter Zeit huste ich schon fast jeden Part und ich schneide das nie raus. Ich weiß auch nicht, wie kacke... Ey! Boah! Leckt mir die Nudel, ey. Ohne Scheiß. Ich bin so unkonstitiert gerade. Ich muss schon wieder rüber. So, dass ich das noch... Dass ich das noch geschafft habe. Unfassbar. Ich schau mir die Parts irgendwie in letzter Zeit gar nicht mehr so an. Nur noch ein bisschen halt. Ey, ich brauch dich. Und da weiß ich nicht, wie dumm sich das anhört, wenn ich immer huste. Eigentlich ist das voll unprofessionell. Aber na gut. Hallo! Willst du mich jetzt verarschen? Ey, ich will jetzt den fucking Stern da einsammeln. Lass mich doch mal machen. So, bis dich jetzt. Erst mit den Penner da. So, jetzt konzentrieren. Nicht konfrontieren. Konzentrieren wir uns darauf. Mit Yoshi oder nicht mit Yoshi? Ich weiß nicht. Lieber mit Luigi. Ey, dieser Stern, ey. Der kostet so Nerven. Ich kann so minimal arbeiten nicht mal. Dann geht mir immer auf den Sack. Boah, nein, oder? Boah, hättest du? Wer ich jetzt hier noch verreckt, ey? Hätt ich die Krise bekommen? Achso, die brauch ich ja gar nicht. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Entweder voll durch. Oder ganz langsam. Ey, wie soll ich das machen? Wie soll man... Das geht gar nicht. Das geht nicht. Ich hänge jetzt schon wieder fünf Minuten an dem Rotz da. Das kann nicht sein. Sorry, aber... Falls ihr das Spiel schon mal gespielt habt, könnt ihr ja mal gerne schreiben, ob ihr genauso Probleme an dieser Kackstelle hattet. Oder ob ich hier das dumme Arsch bin. Keine Ahnung. Ey, jetzt geht mir so auf den Sack gerade. Ich will einen anderen Stern machen, aber... Ich gehe alles rein in der Reihe. So. Ey, ich war doch schon fast rüber. Ich war fast rüber. Vielleicht dann direkt mit dem Schwung. Oh, ich hab... So, liste ich. Batterienlärft auch schon wieder. Komm ich da... Ey, wie? Ich komme da anders dran. Ne, da muss ich... Wie? Wie? Ich hab's mal was? Okay, ich muss Risiko und dann ein bisschen früher mal. Nicht drehen. Nein, dumm. Da rutscht man auch so schnell runter, das ist unfassbar. Hahaha. Nö, sie vibriert sich ein. Sag mal so so. Ne, eigentlich nicht. Moment. Was will ich... Nein! Was will ich eigentlich mal Risiko machen? Moment. Ups. Ne, da muss ich da rauf. Aber ich muss nicht ganz ans Ende laufen, das wäre dumm. Muss ein bisschen da noch. Nein! Ey, die Dinger nerven auch. Boah, wie viel Leben hab ich eigentlich noch? Drei. Na super. Das muss jetzt klappen, sonst ist das dumm. Alter, legt mir die Kugel, ey. Das kann nicht sein. Ey. Ich weiß gar nicht, was ich hier kommentieren soll. Ich hab keinen Bock mehr dazu, gerade. Frust pur. Frust pur. Es kann nicht sein, was hier abgeht. Vielleicht wieder mit Yoshi probieren mal. Kommt sowieso nur noch zwei oder drei Versuche. Ähm. Ey, und dann wär's bitter, wenn ich erstmal wieder sammeln muss. Ähm, Leben oder so. Also, ne, nochmal hier hinlaufen muss. Geh weg jetzt hier. So. Jetzt vielleicht mit ganz langsam mit Yoshi. Oh, nicht so. Vielleicht kann das Mario besser, aber es wird schon mal. Nein. Ich glaub, mit Yoshi geht das sowieso nicht so gut. Oh. Ey, da... Sorry, aber... Da rutscht man jedes Mal runter. Ey, würdest du mich verarschen? Mit Yoshi kann ich das ein bisschen langsamer angehen. Auf dem Steg, da ich die dann, äh... einschlucken kann. Genau so. Ganz langsam. Auf den Schatten achten, irgendwie. Der nervt. So, jetzt hab ich ihn. Abhaken, Leute, abhaken. Weiter geht's. Na ja, na ja. Na ja, na ja. Scheiße, ich hoffe, ich denke dran... Ich hoffe, ich denke, dann das zu zensieren oder rauszuschneiden. Alter, meine Stimme ist gerade so abgekackt. Und ich werde mit Sicherheit nicht dran denken. Also, schreib's mir, wenn ich nicht dran gedacht habe. Und dann lacht mich aus, wie behindert sich das gerade angehört hat. Ey, ich glaube, meine Stimme musste schon einiges mitmachen in dem Jahr. So viel gelabert. Ich muss mal durchrechnen, wie viele Stunden ich schon auf meinem Kanal habe. Mit Sicherheit einiges. Also, allein... Also, wir gehen jetzt in die Giga-Gumba-Galaxie. Meine Fresse, Welt 4. Welt 4? Welt 4? Ja. Oder Welt 3? Nee, Welt 4. Und, ähm... Allein GTA hat über 30 Stunden. Also, 4. GTA 4. San Andreas hat auch über 23 Stunden oder so. Ich hab schon sehr viel gelabert. Und irgendwie meine Stimme... Hat schon einiges mitmachen müssen. Und deshalb kackt die in letzter Zeit immer so ein bisschen ab. Ich weiß auch nicht. Ich war da alt. So, Grünchen 1. Sie konzentrieren uns jetzt hier auf die Giga-Gumba-Galaxie. Da kann ich mich an einen erinnern. Das hab ich auch schon öfters erwähnt. Ich hab sogar schon einen. Aber eigentlich meine ich den gar nicht. Es muss jetzt heute ein bisschen flott gehen, als wir jetzt hier die... Ich glaube, hier wär irgendwo einer. Ist das die Standteilbuch? Moment. Momentchen. Ich hör doch gar schon ein. War da nicht sogar einer? Moment, was ist das denn? Was ist das denn für ein Schatten? Ha! Ein Grünschlern. Aber wie kommt man da hin? Wie kommt man da hin? What the fuck? Ich muss jetzt da keinen Dreisprung machen, oder? Halt die Friske. Sorry. Da ist noch einer. An den kann ich mich erinnern. Den meine ich. Dumm. Ey, ist immer so dumm, da rauf zu gehen. Na ja, mit Luigi geht das. Wird's mich verarschen? Ihr müsst jetzt echt nicht einen Dreisprung auf die Münze machen. Wie bitter wär das denn? What the fuck? Wollt ihr mich verarschen? Ich kann jetzt auch leider nicht nachschauen, wie das geht. Denn ich habe gerade kein Internet. Das ist bitter. Und ich weiß nicht warum. Habe ich das eben schon erwähnt? Oder in GTA? Keine Ahnung. Boah, wie pack ich das? Wie pack ich das? Der muss so. Das muss so. Ich konnte mich auch jetzt... Also ich kann mich jetzt nochmal dran erinnern, dass es behindert war hier. Ich muss die Münze irgendwie mitnehmen. Ne, das muss der... Ich kann die drei Sprünge nicht, obwohl das immer gut ging irgendwie bei den grünen Schernen. Muss... Ja genau, ich muss... Den letzten Sprung muss ich auf der Münze machen. Das ist aber leichter gesagt als getan. Hä? Die Musik geht mir auf den Sack. Jawoll! Das Jawoll kam ein bisschen später. Nicht, dass er meint, meine Stimme wäre ein bisschen asynchron zum Video. War manchmal der Fall. Aber manchmal sage ich erst ein bisschen später Jawoll, weil ich dann denke, oh fuck, ich muss ja reden. Also erst danach. Und hier normal sitze ich dann hier mit geballter Faust und so, dass ich das geschafft habe. So, das ging gut. Relativ. Egal. Also die drei Sprünge da, die klappen relativ gut bei mir. Da hatte ich immer meine Bedenken, dass das sehr lange dauert. Aber dafür haben wir ja andere Sterne, wo das sehr lange dauern. So, wir haben 13 Minuten ungefähr und zwei Sterne. Das ist okay. Ich denke, wenn es gut läuft, werden wir hier die auch noch schaffen. Die Giga-Gumba-Galaxie. Und ich habe echt Probleme mit dem Namen. Der zweite Sterne wissen wir ja, wo der ist. Da muss ich mich irgendwie runterfallen lassen. Und der dritte ist da schon mal nicht. Oh, ich glaube, ich weiß noch, wo der dritte ist. Da bei den Schildkröten. Da kann ich mir gerade ein paar Leben sammeln. Aber nicht viele, weil... Ja gut, ein paar brauche. Stimmt. Das ist praktisch. Oh, das ist aber vielleicht jetzt bitter, weil ich muss jetzt mich runterfallen lassen. Und da kann ich ja... Also entweder sterbe ich oder ich bekomme den Stern. Und ich habe ganze zwei oder drei Versuche. Wow, 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 Luigi. So. Moment, kann man von hier nochmal gucken? Wo der ist? Ah, da. Also auf... Da müsste es nochmal gehen. Das müsste es gehen. Ehm, Moment. Ah, das ist gar nicht so dumm jetzt. Also wenn ich sterbe, ich bekomme ja immer Leben. Also kein Ding, kein Ding. So. Da hin. Wow. Einfach runterfallen lassen. Okay, ich war... Ich war sehr dumm. Warum? Ich dachte in der Mitte. Ich dachte in der Mitte. In der Mitte von der Titte. Keine Ahnung, warum ich das nicht gecheckt habe. Aber na gut, na gut, na gut. Kein Problem, wir haben ja... Unendlich leben, kann man jetzt eigentlich sagen. Außer ich sterbe jetzt hier sogar. Was gerade nicht der Fall war zum Glück. Fast... Fast schon wieder, aber... Da unten ist ja noch Boden. So, mach mal hin, fahr mich rauf. Fahrstuhlrohre. Leben, gehört mir. So, jetzt nochmal gucken. Das ist natürlich genau, wo ein Steinblock runterkommt. Ich geh mal auf gut Glück. Also in der Mitte war es nicht. Hä? Der war da unten, ne? Oder? Willst du mich verarschen? Was soll das denn werden? Ey, ohne Witz. Ich treff die Scheiße nicht. Du, guck mich nicht da an. Dumm. So, rauf mit dir und schon wieder. Fahrpiste, Riesengumba. Die Kleinen sind irgendwie brutaler, finde ich. Als die Großen oder als der Große da. Hallo, Münze. So, und dann geh... Ah, das sieht man wieder. Genau. Okay, an der Ecke. Bam, voll getroffen. Headshot. Oh, hier muss ich nicht warten. Ja, ist gut. Okay. Okay. Kein Ding, kein Ding. Ich überlebe das. So. Leben gehört mir. Ich wollte zuerst Stern sagen. So. Das ist ungefähr hier. What the fuck? Ich hab zu früh geschüttelt. Ich muss mich runterfallen lassen und dann schütteln. Muss man nochmal an der Seite gleich gucken. Ey, verpiss ich. Wie, äh... Wie nah der unter dem, äh... Unter dem Block ist. Weil ich den ja nicht getroffen habe. Wow, 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 wow. Du blöder Stern da. Bam. Der... Der ist so dumm, der Stern eigentlich. Ich weiß auch nicht. Ich dachte, ich bekomme den Stern ein. Boah, ich wollte schon sagen. Aber Gott sei Dank ist hier das Leben. So, hier gucken. Ich möchte gucken. Warum geht das nicht immer? Ich verstehe das nicht. Alter, Luigi. Ey, unfassbar. Hä? Oder ich muss von Rüben rüber springen. Von Rüben rüber. Ja, klar. Werde mit Sicherheit jetzt wieder verrecken. Das ist irgendwie doch dümmer, als ich gedacht habe. Naja. So, geh mal weg. Ne. Oh. Zu früh. Zu früh. Ich probiere jetzt mal was ganz Gewagtes. Oder ich gucke erst mal, ob ich da echt von hier rüber komme. Vielleicht war das doch so. Äh, dann... Das ist echt dumm. Meine Erinnerung ist manchmal zu grottig. Naja. Oh Gott. Ich glaube, ich komme sogar mit dem Sprung hier hin. Ich hole erst mal... Ne, ich probiere es einmal. Oh. Fuck. Komm ich da hin? Komm ich da hin? Eigentlich nicht, oder? Das hat nicht danach ausgesehen. Oder Moment. Moment, bin ich auf der Röhre bin? Ja, ist aber auch dumm. Ich bin ja eigentlich genau drauf zugeflogen. Nur... Oh. Nur war ich... ein Zuwalt entfernt. Wie soll denn das gehen? Oder von da? Hä? Sorry, aber ich verstehe es gerade nicht. Ich habe immer in Erinnerung gehabt, dass ich mich einfach runterfallen... runterfallen lassen habe. Ich glaube, ich habe es aber die ganze Zeit dumm gemacht, obwohl ich eben schon gesagt habe, er schüttelt ganz knapp am Ende von dem Block. Dann habe ich doch nicht gemacht. Wow. Und schüttelt einfach immer zu früh. Ich weiß auch nicht, warum. Wow, ist ja schon wieder knapp. Geh mal weg. So. Ja so, ich bin so dumm. Ey, sorry, aber... Ich weiß auch nicht, was manchmal mit mir los ist. Einen machen wir noch. Ja, ich weiß, wo er ist. Ich weiß, wo er ist. Deshalb, das wäre der sehr... Obwohl es ein Failpart ist. Relativer Failpart. Und dann vier Sterne wäre doch in Ordnung. Auf jeden Fall. 176. Sehr schön. Ja, damit kann ich leben. Obwohl heute nur einer gut geklappt hat. Aber jetzt kommt der Zweite dazu. Immerhin habe ich den einen Kackstern da hinter mir. Von eben. Ich denke, es werden noch ein oder zwei oder ein paar mehr kommen. Ein paar Sterne, wo ich sehr verzweifeln werde. Aber wir haben es ja bald. Wir haben es bald geschafft. So, Grundscher 3. Ganz schnell da durchjumpen. Den brauche ich dann eigentlich gar nicht einzusammeln, da ich sowieso dann nicht mehr weiterspiele. Für heute. Das reicht mir für heute. Ein Part. So. Ja, das haben wir tausendmal schon gesehen. Wir wissen es. Hallo, Stern. Hallo, großer Gumba. Hallo, große Münze. Wir wissen, dass ihr da seid und Spaß habt, mich zu ärgern. So. Bäm. Hallo. Hallo. Hallo, ihr alle. Hallo, große Pflanze. Hallo. Hallo, Röhre, die nach oben geht. Die erregt ist. Und sein Ding ausfährt. Hallo, Schild. Hallo, Leben. Hallo, Steinblock. Oder Mr. Nee, nicht Mr. Wump heißen dir oder so. Hallo, Doppelgänger. Steakingsbruder von dem anderen da. Und ich laber gerade so eine große Scheiße. Hallo, Fahner. Hallo, Sternring. Yeah. So. Konzentration. Da oben ist er. Sehr nice. Da kann man ja drauf springen. Da muss man, glaube ich, irgendwie schütteln. Das habe ich natürlich schon tausendmal gemacht. Offscreen. Leben eingesammelt. Habe ich auch schon gezeigt. Und dann, glaube ich, A drücken. Im richtigen Moment. Nee. Moment. Okay, so. What the fuck? Warum macht ihr das jetzt so lange? Warum hat ihr das automatisch immer gemacht? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Kannst du mich chargen? Hallo? Ah, jetzt. Das geht hin. Das haut hin so. Nein. Dumm. Oh Gott, das kann sowas von nerven. Ich habe bald 99 Leben. Da geht es irgendwie ums richtige Timing. Das kann jetzt noch Stunden dauern. Mit meiner Kunst. Oder auch. Kann vorbei sein direkt. So, jetzt macht er das automatisch. Drückt gar nichts mehr. Das macht er in 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das macht er immer beim dritten. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ha! Das war so schönes Timing. Sehr nice. Okay, das war es dann für heute. Wir haben 4 Sterne. Ja, okay. Eine Galaxie. Und den letzten grünen Stern aus der anderen Galaxie. Aus Bowser Jr. Aus Angst Amado. Oder wie das Ding da hieß. So, okay. Galaxie komplett. So. Wunder, wunderschön. Okay, also das war es dann für den Part. Wir sehen uns im nächsten. Macht es gut. Und ciao, ciao.